Franz Kafka erzählt zu den bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Art des Schreibens prägte sogar ein neues, nach ihm benanntes Adjektiv. Mit dem Begriff Kafkaesque wird etwas Unheimliches oder auf unergründliche Weise Bedrohliches beschrieben. Kafkas literarische Bedeutung spiegelt sich auch in der Dauerausstellung Die Seele wieder. Zahlreiche Exponate wie Briefe, Manuskripte oder Objekte sind von ihm ausgestellt und geben einen kleinen Einblick in das Leben und Schreiben des Schriftstellers. Dieses Video gibt einen kurzen Einblick in die Welt Franz Kafkas. Auf diesem Bild sehen wir den 39-jährigen Franz Kafka. Er ist hier auf dem Altstädter Markt in Prag zu sehen und steht vor dem Haus, in dem seine Familie seit 1913 wohnt. Dieses Bild von 1922 ist eines der wenigen Fotos, die Kafka im Ganzen zeigen. Er erscheint hier relativ klein. Tatsächlich war Kafka aber 1,82 Meter groß. Es handelt sich um eine der letzten Aufnahmen, die von ihm gemacht wurden. Zwei Jahre später, im Juni 1924, stirbt Kafka einen Monat vor seinem 41. Geburtstag an Tuberkulose. Kafka war 1901 der jüngste von 24 Schülern seines Jahrgangs und bei seinem Abitur gerade einmal 18 Jahre alt. In der ersten Vitrine der Dauerausstellung sehen wir sein Abiturzeugnis. Es enthält sechsmal die Note befriedigend und sechsmal die Note lobenswert. In Deutsch ist er schlechter als in Tschechisch und in Griechisch besser als in Latein. Kafka wurde mündlich in Latein und Griechisch geprüft. Er hat dabei allerdings gemogelt. Die Schüler hatten dem Griechischlehrer das Notizbuch mit den Aufgaben entwendet und demnach kannten die Schüler bereits vorher die Prüfungsfragen. Ein Mitschüler sagt über Kafka, er war nicht eben ein hervorragender Schüler, drohte aber auch nie durchzufallen. Nur vor der Matura hatte er große Angst. Zur Belohnung für sein bestandenes Abitur schenken ihm seine Eltern eine Reise nach Helgoland und Norderney. Doch noch 1919, also 18 Jahre später, schreibt Kafka in dem nie abgeschickten Brief an den Vater. Niemals würde ich durch die erste Vorschulklasse kommen, dachte ich, aber es gelang. Ich bekam sogar eine Prämie. Aber die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium würde ich gewiss nicht bestehen, aber es gelang. Aber nun falle ich in der ersten Gymnasialklasse bestimmt durch. Nein, ich fiel nicht durch und es gelang immer weiter und weiter. Daraus ergab sich aber keine Zuversicht. Im Gegenteil. Immer war ich überzeugt. Und in deiner abweisenden Miene halte ich förmlich den Beweis dafür, dass, je mehr mir gelingt, desto schlimmer es schließlich wird ausgehen müssen. Das 20. Jahrhundert ist auch das Jahrhundert einer wichtigen Erfindung, nämlich der Schreibmaschine. Viele Schriftsteller steigen auf die Schreibmaschine um, darunter auch Franz Kafka. 1907 schreibt er einen Brief an seine erste geliebte Hedwig Weiler und braucht dabei mehrere Ansätze. Er beginnt den Brief erst im Büro und tippt ihn in Eile mit der Schreibmaschine. Anschließend wechselt er zu seiner individuellen Handschrift, indem er zunächst mit dem Bleistift schreibt und den Brief dann schließlich mit Tinte beendet. Diese Schriftenwirrwarr thematisiert Kafka in dem Brief, indem er sagt, mag jetzt die dritte Schrift anfangen. Eine von dreien wird doch vielleicht das aufgeregte, überreizte Kind beruhigen können. Nicht wahr? Jetzt setzen wir uns unter diese drei Schriftfahne, blau, braun, schwarz, und sagen zusammen dieses auf und geben acht, dass jedes Wort sich deckt. Das Leben ist ekelhaft. Warum beschäftigen sich Literaturwissenschaftler mit einer Gabel? Bei dieser Gabel handelt es sich um eine Gabel aus Kafkas Besteck. Aber das allein macht sie noch nicht zu einem literaturwissenschaftlichen Exponat. Gegenstände wie dieser können uns Aufschluss über bestimmte Lebensgewohnheiten eines Schriftstellers geben und man kann sie auch in seinen Werken suchen. Kafka verdient seinen Lebensunterhalt als Jurist bei einer Arbeiterunfallversicherung und muss Firmen häufig vor Ort besuchen. Auf diesen Geschäftsreisen hat er immer sein eigenes Reisebesteck mit dabei, aus Angst, sich in fremden Gaststätten Krankheiten einzufangen. Das Besondere an dieser Gabel ist, dass er sie angeblich bei einem Kartenspiel mit einem Kutscher verloren haben soll. Die Einritzungen auf dem Silber unterlegen dies. Der eingravierte Name Kafka wird ausgestrichen. Feliz Bauer ist Kafkas große Liebe, mit der er sich zweimal verlobt und jedes Mal wieder entlobt hat. Hier sehen wir den ersten Brief, den Kafka ihr im September 1912 schreibt, nachdem er sie im August bei seinem Freund Max Broth kennengelernt hat. Der Brief wurde im Büro der Arbeiterunfallversicherungsanstalt abgetippt, und zwar auf der Schreibmaschine mit einer Reihe weiterer Privatbriefe, die nur im Durchschlag erhalten sind. Der Brief beginnt mit den Worten, Sehr geehrtes Fräulein, für den leicht möglichen Fall, dass Sie sich meiner auch im geringsten nicht mehr erinnern könnten, stelle ich mich noch einmal vor. Ich heiße Franz Kafka und bin der Mensch, der Sie zum ersten Mal am Abend beim Herrn Direktor Broth in Prag begrüßte. Ihnen dann über den Tisch hin Fotografien von einer Talia-Reise, eine nach der anderen reichte, und der schließlich in dieser Hand, mit der er jetzt die Tasten schlägt, ihre Hand hielt, mit der Sie das Versprechen bekräftigten, im nächsten Jahr eine Palästina-Reise mit ihm machen zu wollen. Wenn Sie nun diese Reise noch immer machen wollen, Sie sagten damals, Sie wären nicht wankelmütig, und ich bemerkte auch an Ihnen nichts dergleichen, dann wird es nicht nur gut, sondern unbedingt notwendig sein, dass wir schon jetzt ab, über diese Reise uns zu verständigen suchen. Denn wir werden unsere gar für eine Palästina-Reise viel zu kleine Urlaubszeit bis auf den Grund ausnützen müssen, und das werden wir nur können, wenn wir uns so gut als möglich vorbereitet haben und über alle Vorbereitungen einig sind. Zu der Reise kommt es nie. Dennoch ist dies der Beginn eines langen und intensiven Briefwechsels. Es folgen rund 300 Briefe und sechs kurze Begegnungen, zwei Verlobungen und zwei Entlobungen. Felice Bauer war selbst Angestellte in einem Büro in Berlin, was als sehr modern und selbstbewusst für die damalige Zeit galt. Grete Bloch war mit Felice Bauer befreundet, mit der sich Kafka an Pfingsten 1914 verloben wird. Grete war sowohl die Vermittlerin als auch die Vertraute der beiden. Grete Bloch beginnt 1914, die Briefe zu zerschneiden, in denen Kafka schlecht über Felice spricht, bevor sie sie an ihre Freundin weitergibt. Im Juli bestellen Felice und Grete Kafka in das Berliner Hotel Askanischer Hof, wo Felice die Verlobung löst, die nur drei Monate gehalten hat. Hier ist nur der abgeschnittene Teil des Briefes zu sehen. Die Briefe, die Felice Bauer erhalten hat, sind in unbekannten Privatbesitz, wurden aber vorher abgeschrieben, sodass wir den Inhalt kennen. Im abgetrennten Rest klagt er wohl über Schlaflosigkeit. Es heißt hier, diese Art Schlaf, die ich habe, ist mit oberflächlichen, durchaus nicht fantastischen, sondern das Tagesdenken nur aufgeregter, wiederholenden Träumen durchaus wachsamer und anstrengender als das Wachen. Hier sehen wir eine Seite des 1914 entstandenen Manuskripts von Kafkas Erzählung der Dorfschullehrer. Die Erzählung, die Kafka am 18. Dezember im Heft mit dem Kapitel Fahrt zur Mutter seines Romans Der Prozess beginnt, wird über 20 Jahre später posthum von Max Broth unter dem Titel Der Riesenmaulwurf veröffentlicht. Die Erzählung beginnt mit den Worten, diejenigen, ich gehöre zu Ihnen, die schon einen kleinen, gewöhnlichen Maulwurf widerlich finden, regelmäßig aus nicht fassbaren Gründen, denn das weiche, dunkle Fell, die roten Füßchen, die zugespitzte, sorgfältig geformte Schnauze, was man an ihm sieht, ist nicht widerlich. Diese Leute wären wahrscheinlich vom Widerwillen getötet worden, wenn sie den Riesenmaulwurf gesehen hätten, der vor einigen Jahren in der Nähe eines kleinen Dorfes beobachtet worden ist, das dadurch eine gewisse vorübergehende Berühmtheit erlangt hat. Diese Beschreibung erinnert auch an das Ungeziefer bzw. die Ekelreaktionen aus Kafkas berühmter Erzählung Die Verwandlung. Während viele Schriftsteller in den Ersten Weltkrieg ziehen müssen, flüchtet sich Kafka ins Schreiben an seinem Roman Der Prozess. Es ist sein zweites Romanprojekt. Sein zuvor begonnenes Projekt, Der Verschollene, ist gescheitert und Fragment geblieben, denn er wusste nicht, wie er weiterschreiben sollte. Wie geht er es also diesmal beim Prozess an? Kafka schreibt zunächst das Anfangskapitel und dann gleich darauf das Schlusskapitel und schafft sich so einen festen Rahmen, den es nur noch aufzufüllen gilt. Dabei schreibt er in zehn verschiedenen Heften gleichzeitig, in denen auch Tagebucheinträge, Notizen und andere Erzählungen oftmals Seite an Seite mit Kapiteln zum Prozess stehen. Dadurch entstehen mehrere Parallelhefte und Paralleltexte. Kafka schreibt ohne Vorentwürfe oder Pläne einfach darauf los, sodass man an seinen Manuskripten und Streichungen den gesamten Schreib- und Denkprozess Wort für Wort nachverfolgen kann. Dies zeigt sich bereits an dem ersten Satz, denn hier wird das Wort gefangen durch verhaftet ersetzt und bildet damit den Kern des Romans. Denn in ihm geht es um jemanden, der nach allen Regeln des Rechtsstaates verhaftet wird, ohne jemals zu erfahren, welcher Verstoß vorlag. Auch dieser zweite Roman bleibt wie sein erster fragmentarisch. Kafka bricht ihn Anfang des Jahres 1915 ab, reißt dazu die Seiten zum Roman aus den Heften heraus und ordnet sie neu zu zehn Stapeln, die später als Kapitel gedeutet werden. Der Roman wird erst nach Kafkas Tod veröffentlicht und berühmt. Zu verdanken haben wir das Max-Brot, denn Kafka verfügte testamentarisch, dass Brot nach seinem Tod alles restlos und ungelesen zu verbrennen habe. Brot widersetzte sich dem letzten Willen seines Freundes und veröffentlichte die unbekannten Schriften. Kafka erleidet im August 1917 einen Blutsturz. Anfang September wird bei ihm eine Lungentuberkulose diagnostiziert. Kafka wird von seiner Arbeit beurlaubt und zieht nach Zyrau, wo seine Schwester Ottla ein kleines Gut bewirtschaftet und er bis zum Frühjahr 1918 bleibt. In diesem Brief an seinen Freund Max Brot, den er Ende November 1917 verschickt, schreibt er, was ihn dort umtreibt. Lieber Max, nur Zufall, dass ich erst heute antworte und eben auch die Zimmer-, Licht- und Mäuseverhältnisse. Aber mit Nervosität und einem Stadt-Dorf-Austausch hat das nichts zu tun. Das, was ich gegenüber den Mäusen habe, ist platte Angst. Auszuforschen, woher sie kommt, ist Sache der Psychoanalytiker. Ich bin es nicht. Gewiss hängt sie wie auch die Ungezieferangst mit dem unerwarteten, ungebeteten, unvermeidbaren, gewissermaßen stummen, verbissenen, geheimabsichtlichen Erscheinen dieser Tiere zusammen. Mit dem Gefühl, dass sie die Mauern ringsherum hundertfach durchgraben haben und dort lauern. Dass sie sowohl durch die ihnen gehörige Nachtzeit als auch durch ihre Winzigkeit so fern uns und damit noch weniger angreifbar sind. Genauso funktionieren auch Kafkas Geschichten. Etwas Kleines, Unscheinbares nimmt mehr und mehr riesenhafte Ausmaße und Konsequenzen an. Die Angst vor dem Undurchschaubaren und die Machtlosigkeit wird immer größer. Eine weitere Frau in Kafkas Leben war Milena Jesenska. Sie war die Übersetzerin seiner Texte ins Tschechische und gleichzeitig seine Geliebte. Die beiden führen einen intensiven und leidenschaftlichen Briefwechsel. Zu einer festen Beziehung kam es allerdings nie, denn Milena war verheiratet. In den drei Briefen aus dem Jahr 1920 finden sich immer wieder Zeichnungen, Buchstaben und Namenspiele mit Kafkas Initialen F und K. Tatsächlich bezeichnete sich Kafka selbst einmal in einem Brief als großer Zeichner, dessen Talent allerdings durch den Unterricht bei einer schlechten Malerin verdorben wurde. 1923, im Jahr vor seinem Tod, beeinträchtigt ihn die Tuberkulose immer stärker. An Milena schreibt er hier, was mich betrifft, ich bin für ein paar Tage hier herausgefahren. Es ging in Prag nicht mehr gut. Es ist aber noch keine Reise, nur ein Zappeln mit den gänzlich ungeeigneten Flügeln. Sein letztes Lebensjahr verbringt Kafka in Berlin, wo er mit der Schauspielerin Dora Diamant zusammenwohnt. Kafka schreibt um den Jahreswechsel an seine Schwester Ottla. Um Silvester herum gab's kein Spiritus. Trotzdem verbrühte ich mich fast beim Essen. Es war auf Kerzenstümpfen gewärmt. Dora Diamant quetscht noch einen Gruß aufs Blatt. So müde, ich schlafe schon. Gute Nacht. Franz Kafka stirbt am 3. Juni 1924 im Sanatorium Hoffmann im österreichischen Kierling bei Kloster Neuburg im Alter von 40 Jahren. Wie funktioniert das Haus auf der Kierling bei Kloster Neuburg im Alter von 40 Jahren? Du bist in shausch Beaminger.